Hallo, ich hab den Angesicht. Excellent, ich hab den Gruppen. Gehsamst du noch? Ja, den Gruppen auch? Dann schaue ich auf mich. Dann habe ich ein paar Fragen. Ich sage auch, auch nicht recht. Okay klar, zum Teil kommt hier. KTH, ich bin modelo Testarmunikin, bei mir, ich bin Nordkrieg. Moment sind sehr heiß hier. Und das ist sein Gerücht, klar. Ja, wir waren aber letztlich schon wieder zugestimmt, ja, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen ruhig geht, ja, im Juni, jetzt auch wieder auch Grillwetter, das geht jetzt mal im Heuselsturm, mal im Sonnigsten, den nächsten, glaube ich, nicht eine Wolkermülle, aber das wird nicht lange dauern, dann wird sich da wieder beziehen und dann wird es ja anfangen zu regnen. Ja, aber im Juni-Sturm ist der 1,3-Rotskaläse, 1,1,3, haben die 100. 13 am Ende, und obwohl jetzt irgendwie was ergab sind, ja, schon, wenn wir jetzt da über 30 Grad drauf machen, kommt noch fertig, auf den nächsten 4, 50 Grad können wir noch haben, und es ist schön, auch ein bisschen Regen dabei, aber es war in letzter Zeit doch sehr, sehr wertvoll. Eine Bitte noch mal, dann deinen Namen möchte ich mal, und dann auch Ritter nehmen, zum Beispiel auf Buche, die ich da noch eintragen kann. Alles klar, klar, ich bin 100%ig angekommen, ja, ihr habt ja im Frühjahr, im Frühjahr gehabt, also im April, was war das, April, glaube ich, ja, ihr habt ja im Frühjahr, und jetzt hat es, äh, äh, das Wetter, äh, geändert, ja, wir wollen eben nicht mehr aufsteigen, aber, äh, ja. Der Korремien ist hier, oder das ist hier, oder es ist hier. Der Korremien ist hier, oder es ist hier, oder es ist hier. Der Korremien ist hier, oder es ist hier jetzt, oder es ist hier, oder wir wollen nicht mehr aufsteigen? Ich habe vorher mitgekriegt mit der Station aus Berlin gesprochen, da ist übrigens auch schon gemühten nach Berlin, ganz ganz leichter, wie es da gehört, obwohl es da noch immer in 45 Kilometer Luftlinie da wird. Das wäre also keine Linksverbindung, sondern fast eine Bodenwelle. Das wäre auch die Jackson 1 dafür, also jedenfalls D2 hier die Jackson 1, aber schon mit der ASD wird automatisch schon ausgelöst. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen rein zum Hintergrund, da denke ich jetzt mal auf knapp 130 Grad komme, aber das funktioniert 1er 2, von daher das Reitort ist das schnittsmäßig. Wie gesagt, es ist ein bisschen ein Schwerpunkt, das habe ich dann auch mitgekriegt, dann habe ich 1er 2. Ich bin natürlich hier aber für das Grund oben, zwischen dem Westenverein, die 1,50 Kilometer, das kriege ich jetzt hervorragend. Ich lasse da, dass das Wetter noch ein bisschen schöner wird, bei uns soll auch hier ein bisschen besser werden. Ich bin jetzt zum Liebenschläfer, wo ich meine, da achten, nur Liebenschläfer und dann soll es auch schön werden und dann haben wir 7 Wochen schönes Wetter. Alles klar, Herr Klaus, ich wünsche dir was, dass wir uns in deiner Familie im besten zahlen und ich hoffe, dass wir uns auch perfekt, dass wir uns da treffen. Wie gesagt, Herr Klaus, ich bin jetzt bereit, dass wir uns da treffen, 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 wir uns da haben. Vielen Dank. Vielen Dank.